So Freunde, herzlich willkommen zurück auf Pandora zu Borderlands 2 mit Pyrus und mir Bubbles. Ja, wir sind letztes Mal zumindest noch nach Sanctuary gekommen und ja, jetzt machen wir erst mal wieder die Nebenquests, bevor wir da wieder mit dem großen Shit weitermachen. Das ist zumindest der Plan. Ja, ja, genau. Und heute ist Nacht geworden. Stimmt, als wir aufgehört haben, war es noch tags. Tag. Was willst du eine Propaganda? Ja, und da hieß es, Sendungen von Hyperion Raub zu kopieren zahlen sich noch. Ja, das mag es. Achso, das sind die Kopfgelder von den ehemaligen Vault Hunters drauf. Zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Ah nee, Moment, das sind nicht die ehemaligen, das sind die aktuellen, das sind wir, lol. Also ich hätte nicht... Stimmt, ja. Du bist gar nicht drauf. 32 Milliarden Dollar? Das ist ein gutes Kopfgeld, Alter. Und durch die Stärke der Hyperion Streitkräfte so gut wie ausgelöscht. Geht's allen so? Hanson Jax, gut gemeinte Appelle. An die Banditen konnte die Welle aus Gewalt, Mord und Korruption... Sanctuary. Erbaut auf den Ruinen des... Oh. Gut, dass wir sehen, das machen wir hier durchlaufen. Oh. Oh, ich hab ja immer... Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Ach, Scooter. Äh, der ist so krass... Ach, so krass bescheuert. Moment! Da hängen wir... Ach so, das ist die Hauptquest. Ach so. Ups. Oh boy. Du bist kein Hyperion-Roboter! Du bist ein Kammerjäger! Das ist sowas wie ein Einhorn! Einhörner gehören geschlachtet und gegessen. Ohne Ausnahme. Hm. Außer die von Meiden-Pony. So. So... Ähm... Hier gibt's für jeden die richtige Karre! Oh. Gut, dann will ich... Hi, Jungs. Aber willst du Raketen oder... oder hier MG? Ich würde erstmal ganz gerne Hilfe beim Schießen haben. Wenn sich so viel verlangt ist. Du hast 32 im Jahr ein Kopfgeld, ne? Also... Ach so, das ist ne Begründung, dass du mich, äh... Den, den Heinz Fras vorwirfst, ja? Ja. Oh Gott. Boah, diese Sniper... Ach, ich... Ich hab schon wieder vergessen, wie gut sich die Sniper anfühlt. Hihihihi. Ach schön. Ja, dann... Let's do these! Ja. Ach so, äh ja stimmt, das war ja so. Ja, ja. Das war ja so. Aber wenn die halt bei uns vier normale Fahrsteuerungen hinkriegen, ne? Dann bin ich dann ein bisschen zufrieden. Das reicht das mal. Das wäre geil. Also lieber Enver, ihr könnt euch da anspielen wie Need for Speed orientieren. Die haben das hinbekommen. In der Tat. Bist du? Ich bin der nicht. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wüste? Wötland? Happy... Happy... Happy Happyfikbo Hotel. Gut. Gott. Happy Hippo Hotel. Frost Springs, okay. Na okay. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Oh, herrlich Es ist so geil, ne? Ja, er sendt Oh Gott, ihr Nö, kein Selbstmörder Oh, ich hab den Warte, ich hol mir den noch Oh, ich krieg ja nicht genau Scope, scheiße Hab dich lieb Ich lieb Hab dich lieb Okay, dann nehm ich mal dir hoch Mach keinen Scheiß Alter, mach keinen Nein Boah, sprengt er mich dann weg, diese dumme Sau Mein Fleisch ist unsterblich Ja, das hab ich bei mir auch gut gehört, ja Alter, hör auf, ich Warte auf, wenn er dir in der Selbstmörder Oh, danke schön Ich spiel mit dir, ich werd bitte spielen Und Dinge tun, das glaubst du nicht Oh, Selbstmord Selbstmord ist keine Lösung Sagen nur die Menschen, wo es Am einzigen Zeitpunkt, ich bin fast tot Sagen nur die Menschen, wo es nicht funktioniert hat Ich bin auch, ich bin Du, ich bin schon, ich bin schon tot Äh, okay, den hab ich So Das ist halt auch so geil, dass ich dich heilen kann, während ich unsichtbar bin Das ist so praktisch Alter, bist ja hier wieder Ja Ähm, Crysis hier geht's ja auch Ja Oh, fuck, das hatten wir getan Was war das denn? Komm mal her, du Fettzack Ich muss mich echt Ich muss mich echt wieder angewöhnen, dass das Spiel doch ein bisschen schwerer ist Ja, same Boah, letztes Spiel sogar, wo, da kommt man eigentlich nur rein rein, das war nicht scheißegal Ja, ist richtig Warum hab ich eigentlich ja mal den Sniper, warum hab ich die umgewettet? Oh, wo kommt der denn her? Gaut so Hm? Ah, da ist ja noch einer Oh, der hat sogar zwei Headshots gebraucht, krass Ich empfinde eine tiefe, dunkle Werbe Meine Muckis haben Muckis Ich empfinde eine tiefe, dunkle Werbe Eieiei, da waren mehr als ich dachte Ja, ich hab jetzt auch wieder meinen Sniper ausgerüstet Ich weiß nicht, warum ich die nicht mehr hatte Aber ohne Witz, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist Ich finde die Schwierigkeit gerade voll angenehm Das ist schön, dass es halt Nicht nur so ein Durchlaufen ist, sondern dass man auch Ein bisschen gefordert wird, ohne dass es unfair ist Ja, nun ist es aber Ja, und es ist natürlich auch so Wir haben das Warlands Physiker gespielt Weil es ein bisschen einfacher war Und man ist es natürlich nicht irgendwo gewohnt Ja, aber es war halt eine gute Aufwärmrunde, wenn man es so betrachten will 300 313 ein Schild, ja Achso, stimmt, ich könnte auch mal wieder nach dem Schild gucken Da ist noch ein 308 oder 398 Achso, sorry, geht das? Ja, alles gut Ah, ne, bei mir ist nur Scheiße drin Nein, dann lass ich es erstmal Ich kann ja den, ich kann ja den sonst kaufen Nö, ach, alles gut Warst schon Oh, wir sind ganz viele Spinner Wer dich will, der hat schon Danke, Schulden eintreiben, guten Morgen Inkasso, guten Morgen Tränen der Ekstase? Weißt du was? Hier gibt es Tränen der Ekstase? Das war nur einer Ja, der hat ja voll gelohnt Ach Mensch, wie kann ich die Gefühlskeit ausleben? Ich habe hier oben gerade zwei Fettsäcke gehadshotet, Digga Ich liebe das, es ist so geil, Mann Ah, das ist die stärkste Waffe Oh, oh Ja, so nicht, Kollege Ich habe heute wieder seinen Alawo Akbar hier machen, aber das gehört nicht Da oben Warum brauchst du Fettsack? Oh, ja, Paros macht den Weg, das ist auch eine Möglichkeit Ich habe kein Weg gemacht Achso, oh oh, das ist ein Badass Schlechtarsch Aua Nicht, ohne, nicht auf dem Hintern Oh, nicht auf dem Hintern Ein schöner Hintern Oh, ich habe ein Crit gedrückt, das hat trotzdem keinen Scharm gemacht LUTO ist kein Planet, was denn sonst? Na gut, der ist auch ein Disney-Hund, aber auch nicht auf dem Planet tatsächlich Naja, das ist, der ist mittlerweile als Zwergplanet eingestuft Habe ich mir runtergefallen Aber weißt du was? Ah nein, jetzt kommt Los, mach ihn weg Los Du, ey, das Nahkampf, du, ey So Du kannst mich nicht stoppen Ne, das glaube ich langsam auch Aber ich glaube, du bist wert, jetzt ist die Fähigkeit gar nicht schlecht Ne, das glaube ich ehrlich gesagt auch Du kannst damit auf jeden Fall gut auf die Dicken gehen, das stimmt Oh, ich habe den Attazin auf jeden Fall gesehen, der halt Attaziner Da heißt auch, wie insofern Ist der einzige, den wir nicht snipern dürfen Ja, genau Die Nomaden habe ich gerade Er ist auch tot Wo ist der Typ? Äh, vor uns, vor dir Ah, da, Attazin, 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 Wort Okay, warte Ah, der, ja, der geht, ist echt fies Hey, die Scheiße Ich schmeiße Granate, Vorsicht Kannst du sie nicht zum Schrein bringen? Ja Vorsicht Oh Gott Okay, das ist nicht gut Ich bräuchte, äh Ich bräuchte kurz Sterbe Okay, dann bin ich wohl tot Ne, doch nicht Nice, danke Wuh, 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 wuh Ja Alter Das geht's ja gar nicht Presse da oben, du Bengel, Alter Warte, du bist meine Leitung, du Birne Ich bin weder da Geil, Alter Na, warte, ich kann nicht erst Snipern Kleine Muschi, Alter Lebt doch endlich, du Kartoffel, Alter Wenn mich einer umbringt, dann bin ich das Ach du, ach so, oh Gott, du bist ja der andere Komm mal zu mir, komm mal zu mir hinter die Deckung Wenn mich einer umbringt, dann bin ich das Schieß weiter Klar, okay, das kann ich machen Perfekt, Teamwork So Muss ich direkt auch Ah ja, stimmt, wir bauen jetzt, wir bauen jetzt eine Pistole dafür Oh, oh, Granate Klar Weißt du was, ich schreibe den jetzt einmal kurz, ach so, verdammt Na ja, passt Warte, ich töte den einmal schnell Nein, tue ich nicht, ich habe keine Muni mehr, was? Okay, mach du ihn weg Und den kriegst du Oh ja Nice, sehr schön Nice, ja, da ist der Pistole Gut gemacht Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften Eine Sirene also Ihr Name ist Lilith Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Villa bauen könnt Aus anderen, k-kleineren Villen Klingt ja richtig gut Muss man ein bisschen Munition aussammeln Okay, Roni müssen wir mit einer Sniper töten Na, das klingt dann nach einem Job für mich Ja, ja, mit einer Sniper Huch, was ist denn da los? Da wechsel ich einmal kurz die Pistole gegen die G aus So Ich habe irgendwann nochmal nachgekaut, was ja persönlich eine Nebenmission ist, aber es gilt als Nebenmission Wahrscheinlich eine etwas größere Oha, da hinten geht's los Ne, ne, ne Ach so, da hat er den ausgehalten Oh, da ist es Ah, da ist er Der Typ ist ein, äh Oh, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Der wird schon ganz gut getroffen Ja Ach du Scheiße Ernsthaft doch, Leute Oh Leute, bei mir auch, oh ne Ja wow, was soll ich denn da jetzt machen? Der hat keinen Gegner, meine Damen und Herren, das ist eine Scheiße, Alter Ich hätte den nicht mal kommen sehen oder hören Was soll ich denn da machen, Alter? Ja Du kannst mich nicht stopp Halt ein bisschen Schaden zu fügen Ah gut, du lebst immerhin wieder Nein, fuck Nein, fuck Ich spawne ich erstmal Ja, ich werde mich raten Also ich habe, ich habe noch eine, eine, eine Feuer-Sniper Also die will, aber die schießt extremst langsam, also die fand ich nicht so doll Alles gut Ich glaube, meine passt Ich bin gleich wieder da Ich muss wieder rüber laufen Ah ja, ich höre den Sniper schon Warte, ich helfe dir, wo ist der Wechsel? Da Ja Alter, diese Granaten Hab ihn! Ach, nice Willst du die Blau-Sniper-Zoller haben? Oh, wenn du sie nicht willst? Ja, würde ich nehmen Die sieht ziemlich fett aus Von Handsome Jack Okay Oh, Nahkampf Ah, was? Oh, den kann ich mal holen Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall ein Job für dich Äh, ich glaube ich kann wieder meine Skills ausrüsten, ne? Einen habe ich Ich hab noch einen Better's Token Nicht, ja, ihr, nein Okay, das klingt doch gut Erstmal ein Schlückchen Käffchen und dann geht's weiter Ja, Leute, ich trinke Ja, dann nehme ich auch nochmal einen Schluck Ich trinke immer Kaffee zur Aufnahme, merkt euch das Wenn ich aufnehme, könnt ihr davon ausgehen, ich trinke das mit Kaffee Ja, ich habe hier gerade einen Energy stehen, ist ja ähnlich Von der Wirkung her Kaffee sucht die Ja, da kenne ich noch jemanden Ich hatte eben einen Ach, naja Egal Dann bleib ich am Wesenswachen Oh, oh Oh, ich habe eine Schatzkiste gefunden Okay, ähm Dann kannst du dir gerne das selber mal auswählen Weil ich hätte jetzt ja auch schon einmal eine ausgewählt Und das ist ein bisschen... Äh, okay, warte Ich weiß nicht, ob du meine willst Meine hat am meisten Schaden mit 100 Ich schmeiß die mal raus Dann kannst du dir die... Meine jetzige hat... Okay Meine jetzige hat 85 Die IP 194 Die Surgical Scout Ja Das ist eine Vlad Auf die ich habe Ah, okay 102 Feuerrate 0,9 Meine hat Feuerrate Ja, okay, von der Feuerrate ist meine halt besser, aber Ich versuch die mal Mal gucken Ich... Ne, ist mir zu... Fühl ich nicht, muss... Also wenn die so langsam ist 3 Jahre... Willst du sonst noch die andere Grüne hier nehmen? Die... die Hyperion? Vielleicht ist die ja was für dich Ja, die ist sogar be... Die in allen besser... Ach, das geht ja sogar Ja, ja, besser Ich guck mal, wie die... wie deine funktioniert Ansonsten habe ich noch eine zweite gerade genommen Ja, ich glaube... Mal schauen Da sind zwar viele Dinge ein bisschen... Bisschen schlechter Also Schaden ist zwar mehr Na, ich glaub, bist du... Ja, wir müssen... wir müssen ein bisschen ausprobieren Genau Oh, da vorne sind die Idioten schwerer Ja Warte, warte, warte Warte Oh Oh Beine weg Haha Schade, ich konnte er nehmen Geil Upsi, guck mal, da hat mein Fehler Oh, die ist aber wirklich langsam, ja, ich weiß, was du meinst Ja, weil du ne C-C-Scoo-Sniper Und die Scheiße Ja, wie so ne ABP Ähm Jetzt haben wir sie jetzt heiße wieder einen Caller für die... äh... Counter-Strike-Fanter Oh, ach, Nomader, achso Na, normales Mega Oh, lol, das ist so ne Dreifachschuss-Feuer-Sniper, die ist ja abgefahren Oh, ne Was, Junge? Ich war nur, weil ich dich nicht in deiner Show war, musst dich doch nicht umbringen Ich mein, das ist doch kein Grund Ähm, hallo Kannst du mal sein, das? Danke Ähm Oh, ist er, ist er das? Ne Noch einer schossen Okay, aber drei Schuss auf einmal ist mir auch ein bisschen zu viel Ich glaub, ich bleib lieber bei der, die ich vorher hatte Der kommt noch am besten klar Oh, oh, die machen Selbstmord Oh, Mann Oh, ich hasse diese Leute Ey, die Ar... Da sind sie grad echt viel unterwegs Ja 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 der ist geplatzt wo ist der an der ecke mit der Schode schießt sich daneben oh oh ah da ist er das ist dein Kumpel hier na komm her komm her was den einen habe ich fast getötet kriegst du den den Fettsack den habe ich für dich fast perfekt sehr schön Moment mal es heißt man muss doch nur warte man muss doch nur am Ende den letzten Schlag machen ja jetzt hör auf au ich glaube ein bisschen mit drauf scheiß drauf Tübelkreis oh stirb Arschloch ich habe eine alte Aufzeichnung gefunden das ist der wirkt gut Lady Grove mit der Shotgun ok da habe ich aber auch noch eine von kein Problem noch Irish abgedeckte Restructuring Projectile Diversification Hyperion Shotgun achso die war kacke na ist egal wie du schon den zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden erstens mag sie es nicht Ammunition perfekt diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen und zweitens schmecken sie nach Oliven Moment nein eher nach gebratenen Gurken ich habe ein Schilde ne falls du einen stärkeren brauchst oh den würde ich ja direkt mal nehmen ja 320 also ja der ist tatsächlich einiges besser als mein alter der ist hier drin sehr schön hier sind wieder Schilde mit 300 369 ja aber der versoringert die Gesundheit sehe ich gerade ne der ist nix für mich da bleibe ich lieber bei dem ersten den du mir gerade raus gefischt hast gut auch egal wer braucht schon Gesundheit auch Raucher werden als auch immer ne so manche schon ja looking at you, Helmut Schmidt das ist ja auch meine ich verschwinde ne meine Muckis haben Muckis meine Muckis haben Muckis meine Muckis haben Muckis Junge wo war der schon wieder wo war der schon wieder lass es fließen das ist ach so klar, den kriege ich nicht mit dem Headshot alle anderen ja doch das war das war No Scope kein 360 aber No Scope jetzt hauze hauptschuss mit anlauf links kommt einer vorsicht selbst eine fresse alter ja ganz ehrlich weißer schritte jetzt ich will sich verarschen ich habe wieder schulden aber es gab mit einer treffe ja mit einer schroth könnte nicht rechts kommen so du bist zum Kotzen du bist zum Kotzen ich mag es aber da wird er kommen da vorne bei dem Tor das wird er sein besser als Nahkampf kannst du kaum erwarten deine Nugel zu kosten ja auf jeden kannst du kaum erwarten deine Lunge zu kosten hätte er mich getroffen ich war unsichtbar oh man jetzt bin ich geschockt worden da war so ein Fass kommst du zu Recht oder hier ist keiner bei mir keiner nah genug dran ich kille deinen Tod ich kille deinen Tod haben wir uns verstanden unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen hast du grad bin mir gesagt ja das stimmt ja auch also der Kerl ist schon nice ist auch so geil du ein Psycho unten unten ist das sie naja ach man dieser scheiß Taskmaster hast du den Assasin im Visier oder bist du grad bei deinem Bodyguard ich bin grad bei den bei den anderen ich hab den einen Bodyguard gerade erledigt ok wo ist der andere ich hab kurz gucken ah der ist direkt bei dir hör auf zu schreien ich kümmere mich um den Bodyguard ey das ist doch nicht dein Ehrensjunge ich hasse den hier ich hab den Fass getötet hinter dir ich lenke den abschießt du auf ihn ein Treffer noch ein Treffer noch nice sehr gut so nämlich oh ich steh grad bis im scheiß Fass da muss ich unbedingt weg der hat echt einen krassen Schild ja ich sehs man kann seinen Schaden machen dann kann er sein Schild nicht regenerieren oh da war ein Säure Fass ich hasse es ich hasse es nicht ich hab mir schwerer Ton ja du bist echt beleid steh auf du hast Leute zu verletzen steh auf du hast Leute zu verletzen macht er mal irgendwelche Fässer kaputt wo ist er ah ne der schmeißt mit Säuregranaten glaube ich ja der schmeißt mit Säuregranaten das ist ja abgefahren weißt du was ja kann ja auch ähm gut ich hab einen in den Himmel geschmissen oh gut okay egal wieso mach ich keinen Schaden aua au ich stand direkt vor dem was war das denn jetzt 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 lieg ich vor ihm jetzt hab ich dich jetzt hab ich dich im Sack noch einmal nachladen komm komm kann er weiterschießen ab ihn oh nice willst du ist die besser als deine ich glaube ne ist sie nicht ist sie nicht dann nehme ich sie die ist nämlich ich finde sie besser als meine ich kaufe euch nicht ab dass ihr einen der öftigen drei rein zuverlieg gefunden habt nur weil ihr die Leichen in irgendwelcher Brot das war aber ne coole Mission mhm ich gebe zu die ersten Dutzend Male die ihr Spatzenhirne das versucht habt war es noch halbwegs lustig aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften also hört auf da Blut und Filzstiften ja ich glaube es wäre sinnvoll wenn ich ihn erstmal ein bisschen tanke weil sonst kann ich dieses Nahrkampf Schaden bringt aber nix wenn ich immer sterbe aha so diesen Tank ist gut ja oh Gott ich wäre ja fast gestorben ach Gott sei Dank nicht ich wäre fast in Abgrund gesprungen so will ich nicht enden so will ich nicht enden jetzt mal ne fette Wappenkiste mal gucken was da schönes drin ist naja oh ein paar Pistolen mhm eine bessere als meine wäre aber gut mit der man auch ziehen kann gönn dir ich hab ne gute Pistole grad 1649 59 und die 1640er oder willst du die 1640er haben ja die versuche ich mal Hyperion Pistolen sind eigentlich ganz gut die die ich dir noch eine zum verkaufen ah ne kann ich nicht ich bin voll du kannst die anderen beiden zum verkaufen mitnehmen wenn du möchtest die anderen beiden erst bin ich auch voll naja gut na perfekt das passt das doch dann können wir uns verpissen ich hoffe mal jetzt ja das ist die Jacobs die ist halt die schießt halt super schnell äh ich also ich hab ne Pistole denke ich wenn ich die abfeuer ich hab noch nie im Videospiel gespielt fühlt sich auf ein paar andere aber warte vielleicht kann man dann mal kurz hier sieh wir können den Scheiß natürlich verkaufen hier wenn wir schon hier sind gut äh ah legendäre ich weiß immer nicht legendäre Waffen zu verkaufen die kann weg ok aber die Schotflinte auf jeden Fall nicht die kann weg die kann weg die auch die kann weg die kann weg ah ja und der alte Schild auch kann weg oh ja sehr schön kann weg wenn du leben willst kauf bei mir oh hier ist ein blauer Schild der ist besser als meine ah ne der verringert auch meine Gesundheit blauer Schild warte mal was ist denn ach so mein aktueller Schild verringert auch meine Gesundheit das hab ich gar nicht gemerkt dann kann ich ja auch genauso gut den hier nehmen scheiß drauf dann ist der ja noch besser ja also ich geh immer mehr auf Schild als auf Gesundheit weil Schild ist das was regeneriert Gesundheit ja das ist ein guter Punkt wir können auch hier reisen Schilder machen ja machen wir ich bin soweit jetzt haben wir ja der hat noch Drachenfeste Hammerstock ach du scheiße haben noch viel wir müssen Piraten Alter Scheiße ich bin soweit ich bin soweit ich bin soweit was hat mir alles ähm